Nächstes Wort für heute wäre der Krake, der Krake. Das ist nicht Kräh, das ist Krake. Krake ist ein Meerestier mit acht langen Fangarmen. Also noch einmal, ein Meerestier und es hat acht lange Fangarme, die mit Saugnäpfen besetzt sind. Kann man auch sagen, dass es ein Tier ohne festen Körper, also biologisch kann man es auch nennen, ein Kopffüßer. Kopf, ich glaube, das ist schon bekannt und Fuß, der Fuß, das wisst ihr schon, was das bedeutet, die Füße, also Kopffüßer. So, das wäre es für heute. Vielen, vielen Dank. Bis nächstes Mal. Tschüss.